Am Sonntag steht die Nationalratswahl in Österreich an und in diesem Video wollen wir ein letztes Mal vor dieser Wahl auf den aktuellen Stand der Umfrageergebnisse blicken. Der Stand der Dinge für dieses Video ist der gestrige Mittwoch, also der 25. September 2024, und wir blicken einmal auf den Zeitraum vom 11. bis zum 25. September. Da könnt ihr sehen, dass es sechs Umfrageergebnisse gibt, die für dieses Video von Bedeutung sind, und alle sechs Umfrageergebnisse sehen die FPÖ aktuell vorne. Mal ist der Vorsprung relativ groß, wie bei Insa, da sind sechs Prozentpunkte, mal ist der Vorsprung relativ klein, wie bei OGM, da ist es nur ein Prozentpunkt, aber in allen Fällen liegt die FPÖ vorne, und deswegen hat die FPÖ auch die größten Chancen, am Sonntag Rang 1 zu holen und damit eine Premiere zu feiern, denn die FPÖ hat noch nie bei einer Nationalratswahl Rang 1 holen können. Rang 2 hat sich schon geschafft, aber Rang 1, das wäre eine Premiere und mit Werten von 26 bis 29 Prozent steht da auch ein klares Plus im Vergleich zu 2019 und womöglich sogar ein neues Rekordergebnis bei einer Nationalratswahl. Dazu müsste man die 26,91 Prozent des Jahres 1999 übertreffen. Allerdings, Rang 1 ist noch nicht so ganz in trockenen Tüchern, denn die ÖVP hat ja zuletzt aufgeholt und wie wir bei OGM sehen, ist der Rückstand ja teilweise auch nicht mehr so groß auf die FPÖ. Die ÖVP also mit Kanzler Nehammer hat sich zuletzt ein bisschen steigern können, kommt jetzt fast durchgängig auf 25 Prozent und kann vielleicht den Super-GAU abwenden, nämlich einen historischen Tiefstand zu erreichen bei einer Nationalratswahl. 2013 hat man mit 23,99 Prozent das bis dato schlechteste Ergebnis erzielt und ja, es sieht so aus, als könnte die ÖVP das nochmal verhindern. Allerdings sind da immer noch sehr viele Prozentpunkte an Verlusten dastehend im Vergleich zu 2019, also so ein richtig berauschendes Ergebnis wird es natürlich nicht für die ÖVP. Aber man lässt die SPÖ hinter sich, das war ja lange Zeit so ein Duell zwischen SPÖ und ÖVP, was Rang 2 betrifft. Man lässt also aktuell die SPÖ hinter sich und die SPÖ würde damit mit Rang 3 auch keine Chance haben, die Kanzlerschaft nach der Wahl übernehmen zu können. Mit Werten von 20 bis 21 Prozent liegt die SPÖ im Prinzip da, wo sie auch schon vor fünf Jahren lag, aber ja, zufrieden wird die SPÖ dann damit sehr wahrscheinlich nicht sein und nicht sein können. Dahinter haben wir, was Rang 4 betrifft, einen Zweikampf, Grüne und Neos duellieren sich, beide werden in den Nationalrat einziehen, so wie es aussieht, die Grünen allerdings werden wohl klare Verluste hinnehmen müssen und in den einstelligen Bereich fallen, Die Neos dagegen kann sogar leichte Zugewinne eventuell einfahren und näher ran an die Zweistelligkeit kommen. Und bei den Sonstigen sind vor allen Dingen die Bierpartei und die KPÖ interessant, denn die haben durchaus Chancen in den Nationalrat einzuziehen. Allerdings muss man sagen, dass der aktuelle Trend eher so ist, dass beide Parteien es am Ende doch nicht schaffen werden. Der Bierpartei geht so ein bisschen die Luft aus jetzt am Ende des Wahlkampfes und ja, die KPÖ ist schon seit längerer Zeit eigentlich unter vier Prozent bei Umfrageergebnissen. Nichtsdestotrotz, die Sonstigen werden insgesamt deutlich zulegen, das können wir hier sehen. Auch die FPÖ wird sich deutlich steigern im Vergleich zur letzten Nationalratswahl, plus 11,1 Prozentpunkte sehen wir da. Und auf der anderen Seite haben wir vor allen Dingen die beiden Regierungsparteien, Grüne und ÖVP, die deutlich verlieren werden. Minus 5,6 Prozentpunkte sind es bei den Grünen, minus 12,5 Prozentpunkte sind es bei der ÖVP und SPÖ und Neos, ja die halten mehr oder weniger das Niveau. Schauen wir jetzt mal auf die Sitzverteilungsprognosen, die Koalitionsoptionen. Es gibt ja 183 Sitze im Nationalrat, 92 braucht man für die absolute Mehrheit. Die SPÖ würde sich 42 Sitze aktuell holen, die Grünen 17, die Neos 19, die ÖVP 50 und die FPÖ 55. Und dann sehen wir jetzt hier drei Zweierbündnisse mit einer absoluten Mehrheit versehen. Allerdings würde ich SPÖ plus FPÖ doch sehr stark in Klammern setzen, danach sieht es eher nicht aus. Ob dann aber SPÖ plus ÖVP oder ÖVP plus FPÖ eingegangen werden würde, ist gar nicht mal so leicht zu bestimmen. Einerseits könnte man ja sagen, die ÖVP möchte sicherlich die Kanzlerschaft verteidigen. Demzufolge wäre das Bündnis mit der SPÖ doch das Logischere. Auf der anderen Seite muss man sagen, sind die Differenzen zwischen ÖVP und SPÖ in Teilen auch nicht so klein. Und die ÖVP hat auch schon Signale an die FPÖ ausgesandt, durchaus für eine Koalition bereit zu sein. Allerdings nicht unter einem Kanzler-Kickel. Und ja, da muss man dann halt mal schauen, ob die FPÖ bereit ist, jemand anderen aus ihren Reihen zum Kanzler zu machen oder machen zu lassen, um dafür aber mit der ÖVP regieren zu können. Was, um da nochmal auf SPÖ und ÖVP zurückzukommen, da auch nochmal schwierig sein könnte bei diesem Zweierbündnis, ist, dass es vielleicht auch gar nicht für die beiden alleine zur absoluten Mehrheit reicht. Und man dann das Bündnis noch mit Grünen oder um Neons erweitern müsste und dann eine Dreierkoalition nochmal etwas schwieriger zu bilden sein wird, als eine Zweierkoalition, bestehend aus SPÖ und ÖVP. Also, ob es dann tatsächlich darauf hinauslaufen wird, dass die ÖVP die Kanzlerschaft verteidigen möchte, müssen wir mal abwarten. Möglich ist das natürlich, aber es kann auch gut sein, dass die ÖVP sich mit der FPÖ zusammenfinden wird. Sollte die Bierpartei in den Nationalrat einziehen, dann ist die Situation in der Hinsicht klarer, als dass es für ÖVP und SPÖ alleine nicht reichen wird zur absoluten Mehrheit. Dann braucht man entweder die Grünen oder die Neos zur absoluten Mehrheit, also man braucht dann ein Dreierbündnis. Und das wird natürlich nicht einfach zu schmieden sein. Aber am Ende wird es halt wahrscheinlich sehr viel auf die ÖVP ankommen, ob sie lieber die Kanzlerschaft retten möchte und dann mit der SPÖ zusammenarbeiten möchte oder ob sie bereit ist, als Juniorpartner in eine FPÖ-Regierung zu gehen, die dann, so die Forderung der ÖVP, halt nicht von Herbert Kickl angeführt wird. Das heißt, wir können mal festhalten, die Koalitionsbildung könnte in Österreich ziemlich spannend werden. Das Wahlergebnis durchaus auch, zumindest was Rang 1 betrifft, da gibt es ja durchaus einen Zweikampf, auch was Rang 4 betrifft und natürlich auch, ob es die Bierpartei und oder die KPÖ in den Nationalrat schaffen werden. Das soll es von meiner Seite aus zu diesem Video gewesen sein und so setze ich abschließend den gewohnten Punkt.